Musik Bertram gegen Hanel Hanel war wach dran aber es steht 2 zu 2 der HFC dreht diese Partie Lindenhard Furuholm Sembolo das Kante das Kante hervorragend in seinem Nachsetzen 3 zu 2 für den HFC super als Beleistung von Sembolo Und jetzt kommt Lindenhahn in die Partie Gheschequer Gheschen Gheschen Nebendenhahn, der nicht vorn Gheschen Gheschen accord Der Lindenhard gegen seinen ehemaligen Verein und bewegt Halle wieder zurück auf die Strafe der Sieger. Der Lindenhard gegen seinen ehemaligen Verein